Wir haben ihn zwar nicht gebraucht Doch er sieht so sexy aus Er war auch gar nicht billig Und er kauft ihn nicht spontan Man muss auch gar nicht lange warten Weil man ganz bequem von zu Hause aus kaufen kann Wir wollen doch auch schließlich unseren kleinen Beitrag leisten Wir kaufen sparsame Geräte zum Wohle der Natur Der Kühlschrank ist gebaut aus 1100 Teilen Wir kommen aus aller Welt und du hast ihn bestellt Das ist Nachhaltigkeit, klebt ein Ökosiegel drauf Das ist bodenloser Schwachsinn Den man uns hier verkauft Mit offenen Augen und Vernunft Sollte man eigentlich sehen Dass es so nicht funktioniert Dass es so nicht funktioniert Oh 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 Wie kosten wir ihr Leben? In welcher Richtung wir dann streben? Besser in Zukunft, wie was an? Nein, wir stellen keine Fragen. Wenn wir euch nicht auch tun, wo die Sonne ist, hingehen mit uns, kannst doch du dir überleben. Wie soll das funktionieren? Das ist Nachhaltigkeit, klebt ein Ökosiegel drauf. Das ist Boden oder Schwachsinn, den man uns hier verkauft. Mit offenen Augen und Vernunft sollte man eigentlich sehen. Wenn halt jeder konsumiert und sich nicht dafür geniert, ein einzig dem Preis nachzuentscheiden, ignorant von sich zu weisen, nur einmal danach zu fragen, was die anderen davon haben, nur einmal zu überlegen. Welche Konsequenzen sich ergeben? Welche Konsequenzen sich ergeben? Deine Ich bin